Warte! Ich rette dich! Drei! Ah, du schaffst es! Hallo Pferd! Zwei! Drei! Ich bin da so gelaufen und zack war ich drin! Ja! Ah, das muss noch weg! Ah! Fies Pferd! Pferd! Oh, du bist durch die Tür durchgelaufen! Wo fährt denn das Pferd hin? In den Wagen vor mir pferd ein junges Pferd! Äh, nee! Es Pferd in Pferd, 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 Pferd! 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 Oh, Mann! Gehst du dran vor, Mifi? Ja! Ich geh mit! Jede Menge! Ria ist heute unser Bausklave! Wenn wir fertig sind, gibt's dir keinen Sand mehr! Pferd! Das find' ich sehr schade! Pferd! 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 Pせ, Pferd! 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 Ninja Turtles. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Gott, ich komme nicht mal. Ninja Turtles, geil. Das ist die allererste deutsche Version, die ich besser als die englische finde. Oh, das ist auch geil, das deutsche Titel-Lied. Ja, also da hat der Sänger echt ordentlich Power reingelegt. So schön rauchig und so, ne? Ja, so richtig. Es passt total. Oh, Schaufelputsch. Nein! Ich habe noch eine. Ich mache Kornkreise in den Sand. Ich mache auch gerade Kornkreise. So, meine lieben Damen und Herren. Was mit den lieben Damen und Herren? Was soll die machen? Die sollen jetzt gut aufpassen. Aufpasse. Aufpasse. Aufgepasst. Aufgepasst. Das ist so. Ja. Das ist so. Mit dem. Mit dem. Mit dem. Weil ich das sage. Das ist so. Weil ich das sage. Genau. Gänst du das? Ja. Das ist aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den ganzen Boden gerade hier reingemacht habe. Ich will aber. Da musst du sowieso hinterher überall Holz rein. Nein, egal. Weil ich das sage. Das ist so. Ich muss mir einfach von oben angucken. Ich muss mir einfach von oben angucken. Keine Chance mehr mehr. Kann man das so lassen? Ich wollte eigentlich fünf davon. Das muss alles noch weg. Das muss noch weg. Aber eigentlich ist das viel zu nah an unserem Haus. Aber was solltet. Oh, danke schön. Es ist eigentlich viel zu nah an unserem Haus. Es ist eigentlich viel zu nah an unserem Haus. Es ist zu nah am Haus. Es ist zu nah am Haus. Eigentlich haben wir eine falsche, blöde Stelle doch gewählt. Ich weiß nicht, wie es da hinten noch aussieht. Egal. Jetzt ist es so. Genau. Jetzt ist es so. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es zu spät. Das ist schon. Na, Mephi, hast du meine Linien gefunden? So. Ja, dann mach ich mal da weiter, wo du aufgehört hast. Dann haben wir noch ein großes Stück Wüste vor uns. Und die kriegen wir klein. Bestimmt. Ist das böse. 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 Oh, yeah. Oh, ich muss jetzt gerade an Knurkator wieder denken. Ja, ich bin so böse. Knurkator. Kennen die nicht. Doch, kenn ich. Alle müssen sterben. Ja, ich war fast richtig. Ja, ich kann mir keine Texte denken. Alle sterben. Haltet euch bereit. Ja. Die Zeichen sind eindeutig. Bald ist es soweit. Alter Mann ist auch noch gut. Oh, Wäuse, ich denke da nichts. Texte merken kann es mir auch nicht so. Dein alter Mann, das geht mich alles gar nichts mehr an. Ja. Irgendwie so. Das Video war süß. In der... In den Zeichentrickfiguren. Ja, total putzig. Und dann gibst du da noch den rosa Schlüpfer. Denke nicht. Tobias haut Anke oder irgendwie sowas. Ja. Genau, Text müsste man jetzt nachschlagen. Schlagen. Bang, bang. Was hab ich dir denn getan? Ich muss nachschlagen. Ich mach hier schon das nächste Muster rein. Sieht aus, als ist es so froh. Greibst du auch in Mustern ab? Ja. Ja, ich auch. Mal gucken, was ihr da fabriziert. Wer flambiert? Nö, ich dich. Ich grabe mittlerweile wieder mit der Hand. Ich hab die Eisenschaufel schon von mir. Guck, ich mach hier so stufenweise. Oh, hier wachsen Schaufeln aus dem Boden. Ja, einfach so. Unglaublich. Cheater an die Wand. Wir haben euch links gebannt. Ups. Das wär schön. Alle Cheater gebannt. Oh, die Welt wär herrlich. Oh, ja. Da wären wenig Spieler übrig. Ja. Aber in manchen Spielen... Aber die 5 liegen wir noch da. In manchen Spielen frage ich mich, warum cheatest du da eigentlich? Du nimmst dir ja genau eigentlich die Essenz des Spiels weg und so. Naja. Ist das nicht bei allen Spielen so? Ja, aber Banschen mehr. Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Dacht's ja. Ach ja, das wird noch einiges an Baumaterialien fressen hier. Das wird alles noch ordentlich an Baumaterial fressen. Ja. Alles, was wir momentan am Bauen sind, frisst du an Läsch. Ich hab aber auch hier den Großprojekt dann angefangen. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Zum Glück hat hier die beiden Helfer hier, die mir beim Umgraben geholfen haben. Was für ein Glück für dich. Ja, sonst wär das hier... Hey, wir können diese Figuren von Nazca in den Sand graben. Ja, genau. Was für die? Dann sieht die Wüste ja richtig grausam aus. Probier das jetzt mal hier ein bisschen. Small scale. Ich hör hier grad Spinnen sterben. Ich weiß noch nicht warum. Ach so, du hast gesagt, irgendwo war hier ein Lavaloch, ne? Ja. Aber das Lavaloch ist zu. Ja, aber ich hör's. Da hab ich Wasser drüber gekippt. Nee, da blubbert's noch. Da ist grad eine Spinn drin gestorben. Okay. Die Spinnen ist wegen euch gestorben. Eigentlich wegen Mieff. Eigentlich nur wegen mir. Mieff wollte ihr eben ein langes Leben in Leiden ersparen. Also eben ein kurzes und dann, ne? Genau. Sieht ein bisschen ruinmäßig aus, als ich boe, ein bisschen wie Stonehenge. Also normalerweise bin ich immer der Typ, der die Spinnen anfasst und raussetzt ins Freie. Ich bin nett von dir. Ja. Ich mach's immer... Alle anderen schrecken immer auf. Ich mag auch keine Spinnen. Ich weiß, dass die einmal eigentlich mehr Angst vor mir haben, als, äh... Ne? Ich hab kein Problem mit Spinnen. Aber ich find die ein bisschen eklig. Ich kann die nicht anfassen. Doch. Ich kann sie anfassen. Das geht. Dabei find ich aber... Dagegen find ich Hummeln total süß. Ja, ich hab heute eine beobachtet. Eine Hummel, wie sie in die Blumen, wenn man sich renn getunkt hat. Zum Sammeln. TUNK! Mieffi, guck mal! Moment. TUNK! Ich hab schon wieder keinen Platz mehr. Oh Mann. Wir brauchen eindeutig, ähm... Dingens. Das Lager ist da. Wir müssen uns nur irgendwie... Rucksäcke. Ja, Rucksäcke! Müssen wir einen Mod installieren. Rucksäcke werden voll schnurken. Ja, es fehlt. Da kommt Holz hin. Das lassen wir dann hier auch, bis... Was denn? Bis uns der Sand ausgeht. Ich hab keinen Stein mehr. Hat jemand Stein für mich? Ähm, was für einen Stein? Clean Stone? Reichstecks. Einfach nur Stein. Ganz normal ein Kabel. Ne, dann musst du ins Lager. Ja, ich komme. Da haben wir ganz viel. Wird ja eh nacht, ne? Eben. Oh, schon wieder? Warum machen wir hier viel Terraforming? Ich hab hier schon alles gerade gemacht gehabt. Wie geht, geht, geht. Wir sind ja irgendwelche Kugeln drauf auf meiner geraden Wiese. Das sieht auf der Karte jetzt echt lustig aus, Miffi. Ich hab leider keine Karte. Das war ein Mordsakt, ja. Das ist so blöde umständlich. Ah, da laufe ich in den Sonnenuntergang. Aber wie war die Musik von Lucky Luke? Wir liegen jetzt hier mit... Das fällt von oben, sieht auch lustig aus. Wie so ein Segelschiff. Ja. Legt beide euch auch ins Bett. Ja, ich bin unterwegs. Das wäre furchtbar nett. Seid ihr schon im Bett? Ja. Okay. Ich nicht, ich laufe noch. Ich bin schon im Bett. Umso schneller, umso besser. Miffi wieder mit dem Feldbett, oder? Aber nicht zusammen. Das ist echt schade. Ja, die Kuschelzeiten sind vorbei. Ja, weil du die Betten so komisch gebaut hast. Gar nicht. Irgendeine Nacht- und Nebelaktion baut das nicht mal um. Dann stelle ich mal zwei Betten zusammen, oder so. Nein, ich will Blümchen haben. Kommt hier eigentlich auch irgendwann ein Mauer hin, oder? Ja, ja. Irgendwann kommt er mal... Irgendwann. So, vielleicht zum Ende irgendwann. Ja. So, wir sind jetzt fertig. Neue Staffel. Neues Haus. Ja, es gibt viele Baustellen gerade. Es gibt viele Baustellen. Aber das macht das Ganze doch interessant. Das stimmt. Jedes Mal, wenn die Leute gucken, verändert sich irgendwas. Kann man halt zwischendurch was wechseln. Ich überlege, wie viele Bäume ich gleich fällen muss, damit ich genug Tannenholz kriege. Für meinen Boden alleine schon. Ich kann ja schon mal ein bisschen fällen. Ja, aber wichtig ist, dass du die Setzlinge auch aufhebst. Ah, da ist ein Creeper! Ja! Bata! Das ist... Kawaii! Komm her, komm her. Komm, komm, komm. Oh, bist du hässlich. Scheiße, Sackgasse. Bist du hässlich. Ah! Ach, da war auch einer. Ja. Ich spiel gerade... Ah, Ringelpizze, der ist nicht mit im Kreis gelaufen. Scheiße. Ringelpizze mit anfassen. Warst du in der Nähe, irgendwie? Ich hab nur Bäume kaputt gemacht. Und den Boden. Ja, den reparier ich ja gerade. Ja, meinen kann ich gerade nicht, aber er nimmt nicht genug Erde, aber gut, das ist mitten im Haus, das wird dann irgendwann mal... Ja. Muss eh neuer Boden rein, dann ist völlig wurscht. Kann die Erde geben. Ne, da muss ja eh irgendwann ein Boden rein. Dass da jetzt ein Loch ist, solange ist ja wurscht. Das ist eh alles gerade ein bisschen noch gemessen hier. Udimentel! Ich höre mein Feuerchen flüstern. Er hustet da so. Räusper wie Räusper? Ja. Wer räuspert, er räuspert sich so. Knusper, knusper, knäuschen. Wer räuspert an meinem Häuschen. Wer räuspert sich an meinem Häuschen. Das klingt jetzt irgendwie... Da stehe ich doch glatt aus meinem Häuschen. Was auch immer. Ähm, ja, dein Häuschen. Häuschen, genau. Häuschen, Häuschen. Wohin, liebe 18-Folgen. Ach ja. Ja, so kann man das lassen. Ach, scheißen Dreck. Ich glaube, ich bin jetzt unterm Feld. Oh ja, ich bin unterm Feld. Hallo, Ria. Hallo, Alex. Du hast einen wahren Namen gesagt. Jetzt wirst du sterben. Wie oft fallen diese Namen in den Hunger Games? Äh, oft. Sehr oft. Was ist das hier für ein Holz? Das ist, äh... Ist das Dschungelwood? Wenn es rötlich ist, dann ist es Dschungelwood. Du hast ein anderes Textjapel, gar nicht. Eigentlich ist es Dschungelwood. Kann man auch ganz einfach rötlich. Ja, man macht es einfach so. Genau. Dschungelwood. Soll ich Holgen geben? Nö, ich mach das schon. Ich muss ja was anderes machen, als hier immer nur dumm rum. Dummrum? Lava? Wir haben auch hier so einen Dschungelbaum. Ist das nicht mein Dschungelbaum hier, der hier gewachsen ist? Ähm, wenn da nur noch einer steht, wenn da nur noch einer steht, dann ist es meiner. Wieso? Weil ich hab meinen versetzt. Hä? Da hinten steht einer. Der ist ein bisschen kleiner geworden. Das müsste deiner sein. Meiner ist der große hier. Meiner ist der große. Aua. Was ist jetzt? Ist mir egal, dann pflanzen wir gleich einen neuen, ey. Das ist jetzt eindeutig meiner. Zur Strafe bist du runtergefallen. Gepfallen. Pfallen. Das ist aber mal ein echt abgesägter, äh... Dschungelbaum. Doch. law two. Jordan. Danke schön. Dschungelbaum.